hallo und jetzt kommt man knappe glück oder kann richtig wenn es willen wir spielen mal wieder eine weitere runde frau gar nicht heute am freitag ich hoffe die runde am mittwoch hat euch gefallen mit meinem bruder mein partner zusammen das wird hoffentlich öfters kommen und wenn ihr bock habt lassen aber da schauen wir die glocke gleich das video ich würde sagen los geht's okay wir spielen mal trupps irgendwelchen drei random leuten mal gucken wie weit ich komme dass ich überraschen ich tue es auch jetzt baby so ja heute gibt es noch mal vollgeist und dann gibt's natürlich auch nichts noch mal vollgeist mit meinem bruder mein paten jung ich hoffe euch gefällt ist genauso gut wie mir weil ich bin das dann schon witzig okay ja nein an diesem bingo bongo ach so das war jetzt von west airbags geklaut aber okay es tut mir leid ja das ist einfach wenn man irgendein youtuber guckt dann übernimmt man auch so sehen ein zwei wörter das kann passieren nein ouch das war meine bingo bongos du soll da ja schon wieder jetzt ist gut und man die mobbing auf hey so scheiße ich bin noch nie so an der kanone hängen die glaube ich ja okay das mache ich denn das ist wirklich bingo bongo jetzt ohne scheiß jungen 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 okay okay hier hoch sagt kommen ja ich finde es irgendwie heftig dass er das jetzt automatisch macht mit den kreppen und hochziehen aber okay ja macht er komplett automatisch ich finde das jetzt komisch aber ja wir haben das für ein paar leute dadurch einfacher gemacht nein das war zurecht weg ja das war mir klar egal wir nehmen doch wieder lieber den langen weg kein problem kann ich kann ich kann ich kann ich werde zwar lieber aus der kanone geschossen hier aber das geht auch so nice man hier da ohne was ist denn heute los ich komme über ich komme übergegen ich bleibe überhängen das gibt's doch nicht aber noch mal 25 punkte holen und mein trupp kommt weiter ja bis jetzt trupp 4 von 8 sieht gut aus 5 von 8 ok sieht nicht gut aus nein das war es hat nicht funktioniert das konnte ich dir gleich sagen was machst du denn also er hat verschiedene körperteile an was ich sehr komisch finde es wirkt so ist ob die person noch nie vorgeist gespielt hätte kann aber auch täuschen erholt bestimmt von hinten hinaus auf ok position 3 und fehlt nur noch er kommt rein oder sie kommt kommen ja kommen ja nein ich glaube sie würde einfach die spannung drücken und immer noch position 3 nice oh ja speed rutschen die mag ich total jetzt ich mache die rutschen bei stampelgeist ich feiere die auch hierbei folge ist die ist sogar eigentlich sogar ein tick cooler bin ich ehrlich ja doch 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 lass mich sagen die sind die cool als sie bei stampelgeist die piraten rutschen die super water super water und super waterpark oder wie heißt die verdammt ok 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 ich bin geistig komplett raus das passt schon ein bisschen zu weit raus aber ich gehöre zu den ersten drei glaube ich ob was wegen was leid hier bin ich rausgeflogen was gibt es doch nicht also ist jetzt rausgeflogen ich habe meine geschwindigkeit verloren der ist unter mir durchgeklitscht und ich verliere meine geschwindigkeit ja natürlich man ich war unter den ersten dreien jetzt bin ich irgendwo der bitte es gibt es doch nicht klappt das nein das klappt nicht aber versuche ich dann wenn ich das wüsste oh mein gott was ist hier los nein ich kann das ich rutsche normal meine wege die ich kenne und das ist eigentlich auch immer eine echt gute sache nur jetzt habe ich was anderes versucht und dann kacke ich einfach ab das gibt es doch nicht ich war und den ersten drei jetzt kommen auch die ersten leute rein holen points das gibt es doch nicht gucken wir weiterkommen die besten sechs kommen weiter meine leute kommen jetzt ist ein ziel okay immer noch gleich drei und noch mal zwölf punkte das ist echt scheiße oh mein gott bis jetzt mit position 3 also wir können auf jeden fall weiterkommen ist das eklig ich war unter den ersten dreien und dann werde ich gefault nein da ne final land ist glaube ich zumindest ich habe keine ahnung wir sehen es gleich ja hier ist einfach nur das wichtige einfach um zu überleben muss eigentlich teilweise schon sehr einfach ist aber man sollte niemals den tag von den abend loben und leider ist das so eine runde die sich ein bisschen ziehen kann aber lassen uns mal überraschen ja ich bin hier oben eigentlich schon sehr safe gerade drei von uns jetzt baby eine spielt mit den exklusiven wellen kann er machen gerne aber eigentlich habe ich gerade die echt gute plattform und ja der modus ist ein bisschen einfach wenn ich einer sich runter schubst oder mit den erbsten sage ich mal dich runter bold dann bist du eigentlich sehr safe und ich glaube es gibt zwei minuten ich bin jetzt nicht sehr sicher haben wir uns points das ist immer gut ich bin zu dir was schubst du mich ach so mit koninkern ok 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 ja das reine mobbing unser team hätte schon raus der sich auch für große fahrten begangen nein ok 20 von uns sind noch drin ok du willst also hardcore spielen dann spielen wir kommt so bis jetzt dann mit 308 points das ist sehr stark nein lass den körper gehen lass den körper gehen du kannst hier oben mit mir bleiben wir stellen ein bisschen aber lasst den knallkörper gehen sind und den besten hirn ok die besten vier kommen weiter ich bin trof da ist mein letztes team jetzt baby naja solange in die richtung da wirft ist mir das auch egal war nicht geplant er fliegt durch die gegend gesetzte mit position 1 irgendwann wird der timer runter gehen wenn wir nicht alle raus fliegen jetzt habe ich nicht aufgepasst oh mein gott nein aber nicht mein gott werde ich hier noch ein bisschen durch gewirbelt ok ok der feiertet mit uns dann holen wir ihn uns jetzt bin das geht doch auf den da scheiße der muskeltyp ja der ist von uns auch auf die nerven gegangen noch 14 sekunden wir kommen auf jeden fall safe weiter oh mein gott erbse nicht gut ok ok 5 sekunden 4 3 2 1 team jetzt springt noch runter weil wir selbst sind kein problem so kann es gehen hexenwerk nein auf jeder seite ein infizierter und er muss alle anderen infizieren auf der gegenseite ja supergeil ja ich finde es gut ehrlich ok ich muss darf mich nicht vom blauen berühren lassen und unsere leute müssen die blauen berühren sehr schön sehr schön kein plan ist der infizierte von uns hier ist der infizierte von ich bin ich doch da ist der infizierte von uns ok dass wir stehen wie ich greben ist er spricht weg so ein scheiß muskeltyp du hast du mich von genervt komm her ok bis jetzt steht es immer noch gleich stand fünf zu fünf ich glaube es war noch keiner gepestet oder vergiftet oh mein gott da unten sind ein paar kranke blau da muss man sich von fern halten ich gucke gerade ob da unten ist ein blauer ok ok ah mister wir haben drei weniger als kann sein dass wir gleich rausfallen rausfliegen nein nein oh mein gott lass mich gehen mein gott sind so viele blau infiziert nein aber mehr von uns glaube ich einer mindestens mehr einer mindestens mehr ok ok nein lass mich gehen dass ich jeden gehofft nein nein super ich wollte ein paar blaue kreppen nein das wort wie er habe ich nicht gesagt und man es gibt doch nicht wir sind mehr infizieren das kann doch nicht sein habe ich fest wir wollen doch zusammen das gibt es doch nicht okay dass die letzte runde für uns scheiße wie wir scheiden da aus ich krieg auch kein einer warum sie nicht so gut ja ok 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 falsche richtung der wird mir werden leider verlieren aber wir haben auch noch einen spieler im rennen richtig heftige ja natürlich kommt habe ich da kommt da kommt da kommt da kommt da kommt das gleiche mir noch aus das geschaffen wir da kommt schon ich krieg dich kommen sie schwingst um so gleich runter kommt muskel typi ok ok man das ist auch eine extrem lange runde es tut mir auch leid ich habe gerade nicht das kann ich überhaupt noch hier sind ok 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 haben wir ja sehr schön kommen einer noch einer auf der muskel typ wo ist unser muskel typ oder ist er schon da hinten hinten und wir müssen nur noch einen krepp dann gewinnen wir ja aber andersrum ist ja auch noch einen kreppen von uns das gibt es doch nicht was eigentlich unser gelber der noch lebt nein nein ja ja ich bin auch viel gefallen habt ihr das gesehen wort der herr ok sprungprobe letzte runde finale mein wasser das für ein zufall ich wurde vom pendel direkt auf den gegner geschleudert omg geil finde ich gut mal gucken ob das jetzt auch noch gewinnen können das wäre natürlich echt cool aber ich weiß ja sprungprobe nein kacke kacke hoch kommt ja oh mein gott ok ok von uns sind noch alle drinnen gegner hat aber schon wie man verloren glaube ich nur zwei sind schon raus ok die platte geht weg gegner kommen man das gewinnen es sind nur zwei gegner drin wir sind zu viert also eigentlich können wir das sehr safe gewinnen und dabei auch noch nein nein am anfang hier mein mister ich versuche es klappt nicht man die zeit immer noch da es müssen wir schneller werden das klappt nicht so nein du wirst mir ich habe die falsche gekriegt nein von uns einer raus drei gegen 1 3 gegen 2 scheiße ich brauche gleich müsst ihr wissen auf der seite dritt gegen zwei ok eigentlich eigentlich eine gute sache eigentlich immer noch sehr safe aber es muss mal einer von ihnen raus fliegen noch ist ja auch am anfang das bewegt ja immer noch extrem langsam jetzt warten wir einfach nur dass die geschwindigkeit besser nein doch nicht mein teammate bei den anderen muss ja 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 nein nur noch einer den kriegen wir auch noch raus und wir haben gewonnen was für ein geiles video ist das denn wie bei random teammates trupps und gewonnen nice 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 wenn es euch gefallen also das mal ein abo da schaut das kommentar wird die glocke like das video denn ich bin hier mit raus bis zum